Und jetzt der Sieger der Qualifikation, Ancel Lanišek. Beim zweiten Sprung in Wiesla, zweiter auf dem Podest hier schon in Kusamo. Erster, zweiter, dritter gewesen. Wow! Er hat da gut lachen, Robert, Herr Gotta. Ancel Lanišek. Und liebe Zuschauer, das war nicht nur wow, das war der Wahnsinn. Lanišek verbessert mit diesem Sprung den Schanzenrekord. 149 Meter, anderthalb Meter weiter als die bisherigen Rekordspringer auf dieser Schanze. Als Stefan Kraft, Karl Geiger, Ryojo Kobayashi. Lanišek pulverisiert förmlich das Feld, setzt sich auf Rang 1.